Das hat er immerhin gesagt, dass sie nicht so gut machen wollen. Das hat nicht viel gesprochen, das hat ihnen was gesagt. Das hat nicht so gut gemacht. Das ist eine Sache, das hat nicht so gut gemacht. Das hat nicht so gut gemacht, das hat nicht so gut gemacht. Oh man. Ich bin noch da, warte mal. Ja vor allem, weil das jetzt seit 4 Jahren so geht, was wir mal da auch machen, da hast du schon recht. Ich habe ihn auch schon recht. Dass ich mich unterstützen will. Ich habe nicht verstehe. Ich habe nicht gedacht, dass ich das jetzt nicht so gut machen kann, dass ich das jetzt nicht so gut machen kann. Würde ich jetzt noch mal die anderen Situation machen? Also wenn ich gleich jemand da hätte, würde ich hier von seinem Alter zwischen dem Job kennen. Wir haben dann mal eine Welt gesehen und dann haben wir so viel mehr einladen. Und dann haben wir gesagt, dass wir dann auch so viel mehr einladen. Und dann haben wir gesagt, dass wir dann auch so viel mehr einladen. Hm. Vielleicht ist jemand, dass keine Handkopf, wo du sagen kannst, der hat irgendwas gewährt. Und ich habe mich verliebt. Du warst richtig, ne?